Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schuld zur nächsten Folge Warft. Und ich hoffe, es geht diesem Drecksvogel jetzt endlich mal an den Kragen. Nun geht es ihn hier runter, verdammt. Vielleicht ist der nächste Hinweis auch irgendwo im Wasser in der Höhle, ich weiß es nicht. Und ich habe da oben irgendwas noch nicht gefunden, will ich auch nicht ausschließen. Schauen wir mal. Aber ich will erst diesen dämlichen Vogel jetzt killen. Ich habe mit dem eine Rechnung offen. Ja du Mistvieh, was machst du jetzt? Du kleiner Scheißer ey. Ja natürlich so weit weg. Erwischt. Und du mich nicht. Hehe. Drecksvieh. Drecksvieh. Komm runter. Oben. Komm, wo bist du? Ist nicht. Wo bist du, du Drecksvieh? Zeig dich. Ich fühle mich hier voll verarscht von dem Vieh. Oh, da ist hier vielleicht irgendwo eine kleine Höhle. Nee. Zumindest hier nicht. Auf der Seite. Nö. Ananas gibt es hier. Da war er. Der Drecksvogel. Hm. Anu. Hm. Ist der verpackt jetzt oder was? Das ist hier überhaupt der richtige Weg? Nee. Hm. Okay. Äh, was haben wir hier? Wassermelonen. Hm, hm, hm. Weh, der Vogel kommt gleich. Er kann mich mal. Ich hab mir mal einer Puberze spielen. Ah shit, da komm ich gar nicht hoch, ne? Das ist jetzt ärgerlich. Alter, wie lange ich schon auf dieser dämlichen Insel festhänge? Na gut. Ist halt so. Was willst du machen? Ah, einmal habe ich noch zu trinken mit. Stumm. Okay. Hier hoch. Halt. Oh Gott. Hoffen, dass mich der Drecksvogel nicht erwischt. Und dann gucke ich mir das da oben nochmal in Ruhe an. Ey, das ist ja doch irgendwo was ist, was ich übersehen habe. Au, ab. Ich will doch gar nichts von dir, ey. Hier vielleicht irgendwas. Nee, ne? Hier rum. Oh. Verpfeif dich. Hm. Oh. Du bist doch ein... Mann. Geht mir das Vieh auf die Nerven. Hm. Wo geht's hier hin? Geht's hier überhaupt irgendwo hin? Das ist die große Frage. Ich glaube nicht. Hm. Eher nein. Hm. Eventuell ist da drin hier irgendwas. Na gut. Na gut. Na kann ich hin, wenn ich hier oben nichts finde. Au. Ab. Und dann geht's wieder nach ganz unten. Und ganz toll. Uh. Na komm, lande hier in der Nähe, Freundchen. Hm. Oh Gott. Was bist du eigentlich? Bist du seinen Sohn am Mann, oder was? Keinen Dunst, ey. Ist mir ehrlich gesagt auch Wumpe. Sein Vater soll mir nicht auf den Sack gehen. So. Hier ist doch nichts mehr. Oh. Du bist doch ein Drecksvieh. Mann. Mann. Ich dachte, ich hab hier oben eine Ruhe, aber nö. Ist der. Ist das Vieh? Da schon, ja. Ich hab hier eine schlechte Scheiß-Position, wenn der immer von da unten kommt. Ah, er ist schon wieder da. Aber hier oben. Hier ist nichts. Hm. Hier war wohl irgendwie eine Funkanlage oder sowas, aber. Hm. Dann kann ich jetzt nochmal ein paar Bäume fällen. Bomben. Drecksvieh. Hm, 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 hm. Ups, Alter. So, hier runter. Dann nochmal hier rauf. Ui. Das war, glaube ich, knappig. Ah, da oben war ich. So, da war. Nicht so, ich hab's schon wieder übersehen. Ich will's nicht ausschließen, ne? Ich bin ja nun auch mal ein kleiner Dovi ab und zu. Oh. Ich halte mich weiterhin an den Vogel. Oh, du bist doch ein Scheißvieh, ey. Mann. Erwischt. Drecksvieh. Ist mir ehrlich gesagt, scheißegal, ob du hier nur dein Netz beschützen willst oder ob das hier was Persönliches ist. Aber du musst sterben. Oh ja, natürlich. Mann, leck mich. Leck mich. Kreuzweise. So. Schmeiß mal ruhig hier drauf, du Mistvieh. Okay. So. Jetzt mal kurz ein bisschen wieder hochbringen hier, was es dort trinken angeht. Wie viele Pfeile habe ich noch? Acht. Ich hab keine Ahnung, ob das nur ansatzweise reicht. Wird jetzt im Dunkeln natürlich auch nicht einfacher. Ich wollte gerade fragen, ob der im Dunkeln vielleicht Pause macht, aber sieht nicht so aus. hoch da mit dir. So. Wo ist der dämliche Riesenfasan, ey? So. Mal gucken, ob da drüben was ist. Irgendwas blubbert hier so komisch. Oh, was bist du denn? Ein Kugelfisch. Wahrscheinlich auch noch giftig. Kommt man da irgendwie rein? Nee, wach. Zumindest nicht von über Wasser, so wie es aussieht, bis jetzt. Oder? Hier? Da? Was ist? Alter. Stockduster. Okay. Ich würde sagen, hier mache ich mal kurz Pause, bis es wieder hin wird. Bis gleich. So, da sind wir wieder in irgendeinem Versteck auf einer Insel. Rezept Gemüsesuppe. Yippie. Oh, da geht es auch lang. Okay. Das heißt, ich hätte echt irgendwie reintauchen können. Zipfischeintopf. Aber auch sonst ist hier nix. Nix. So, was ist hier unten denn noch irgendwas? Nö. Außer das übliche Gedöns. Nicht so wirklich. Aber gut, meinen Haken habe ich eh nicht dabei. Von daher. Dann kommen wir wieder zur Variante 1. Den Vogelkehlen. Oh. Okay. So. Na gut. Ich dachte eben schon, ich habe den Drecksvogel schon gehört. So, dich kann ich doch auch fällen, ne? Jawohl. Yes, Planken. So, schön hier am Rand lang. Und dann suchen wir das Vieh mal. Wir werden hier jetzt ja irgendwo auftauchen. Da. Oh, komm her runter, du Mistvieh. Hierher sollst du kommen. Alter, ist jetzt wieder buggy, dass er erstmal nur da in den Kreis fliegt, oder was? Ah. Junge. Das nervt. Pfiff. Hey, der fliegt immer noch da oben lang. Mal gucken. Ich gehe da jetzt mal hoch. Und ich möchte betten, wenn ich da oben bin, dann fliegt da wieder Angriffsmuster, oder sowas. mal gucken die folge wird jetzt sowieso ein bisschen länger und daher das will ich jetzt auf jeden fall noch mal versuchen weil ich sonst ehrlich gesagt nicht wo ich hier und was ich hier noch irgendwie an koordinaten oder so holen soll da jetzt oder natürlich da fliegen die federn von dem drecks vieh na wo gehst du hin ich dachte schon das war der todesschrei aber nö ja na klar von da ganz oben au aber wie sonst war das er hier so kreischer kopf keine koordinaten nix okay aber immerhin der vogel ist dort schon mal schön die tierschützer unter euch das war ein virtueller vogel kriegt euch ab damit ist die folge vorbei und mal gucken in der nächsten folge hilft ja nix irgendwo auf dieser insel musste ich noch irgendwo koordinaten oder irgendwas finden irgendwas wie es weiter geht schon mal ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat ihr kennt das spielchen abo da lassen glocke aktivieren und eventuell mal bei mir im livestream auf mixer vorbeigucken die url findet ihr unten in der video beschreibung in diesem sinne hoffentlich bis zum nächsten mal haut rein euer schule bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.